Vor langer Zeit lebten die Menschen glücklich und zufrieden. Niemand bemerkte den Schatten, der sich langsam über ihnen ausbreitete. Die Dunkelheit trübte ihre Sinne und das Böse fraß sich tief in ihre Seelen. Vom Wahnsinn getrieben schmiedeten sie einen Pakt mit dem Teufel. Zu später Stunde kamen sie zusammen, um gemeinsam die Mächte der Finsternis mit ihrem sündigen Blut zu rufen. Sie zu erlösen von ihrer sterblichen Existenz den Anbeginn einer neuen Welt vor Augen. Und so begab es sich, dass nach 100 Jahren das Böse wieder Fleisch geworden war. Als unsterbliches Geschöpf der Nacht kann es die Gestalt des Wolfs, der Fledermaus oder des Nebels annehmen. Es labt sich am Blut der Menschen. Dracula, der Fürst der Finsternis, Herr des Teufels Schlosses, ist auferstanden. $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $70,000 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020